ähm, ähm, ähm wo ist denn die Mitte hier überhaupt, ungefähr? ja ungefähr hier wäre die Mitte ich würde es echt schon fast bis nach unten ziehen bis hier dann einfach ja so mal in die Erde gucken, ob ich das hinkriege ich habe anderthalb Stacks ja gut, könnt doch rechnen nur nicht kotzen, weißt du, ist egal naja, ich habe ja kein Tequila getrunken oder hast Chicken Wings gegessen? ne gut, ich glaube nicht, dass das an den Chicken Wings selber lag sondern eher an der Menge nicht gegessen nein, das ist gelungen warte mal, 92 hatte ich gesagt, fangen wir an bis 63, das heißt das sind 29 Ebenen oh, holy shit 29 mal oh, Moment, ich muss ein bisschen drüber gehen ja, ich muss mal nach oben oh, ich bin drüber gesprungen ähm, verdammt kann nicht so einfach Moment Moment aber doch, könnte sogar passen siehst du mal ein VB-Flieg so also bei Paint hätte ich jetzt so einen hohlrund Dingsbums okay aber Problem ist da, es geht halt erstmal Stall nach oben aber klügelte erstmal aus da und dann natürlich Quarz, ne? ja, ja, klar da oben ist ein Knickzughaus ja das heißt buddel, 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 buddel hier ist nicht weiter das ist richtig ich zieh mal das Ding dahin, was ich jetzt über Paint hab, ne? ich mach sag mal gerade das, was ich hatte auf eine Höhe ja so auf eine auf einer Ebene ja Spaltezeile, keine Ahnung scheiße, ich müsste das von oben nach unten bauen fuck warum? weil ich unten eine undefinierbare Menge an Blöcken, die einfach nur gerade nach oben gehen habe das ist schlecht richtig jetzt weißen wir dann ganz die Geschüssel mal wieder weg natürlich auch geil, dass ich ohne Schaufel gearbeitet, ne? ja, ich hab auch keine Schaufel bei, alles gut Frosch im Holz mimimi ja 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 das ist einfach ja ja Jep. Woher ist das denn jetzt? Entschuldigung. Na verdammt, ich kann das Ganze nochmal abreißen. Warum? Weil ich habe jetzt den kompletten Kreis, den ich bei Paint habe, elf breit gemacht. Aber ich brauche den Halbkreis als zehn oder elf breit. Nein. Moment. Das ist eigentlich schon fast Google. Fast schon. Wie sagen wir, wenn wir den dritten Block von oben. Das ist der erste einzelne von oben. Wir kommen ja so drei Stück hintereinander. Davon der erste. Wenn wir den weiter reingehen. Warte. Oh. Siehst du auch nicht? Nein. Nein. Siehst du, der brennt? Warte. So, jetzt bin ich, ja. Wenn wir den weiter rein ziehen. Dann könnte das schon gut sein, ja. Und dann bis, na komm schon. Komm schon. Bis dahin praktisch. Also praktisch wirklich nur einen oder zwei weiter rein. Ja. Dann könnte das schon. Vielleicht würde das schon fast passen. Dann könnte es doch, ich versuche dich nicht zu treffen. Das würde ich schon fast so machen. Hier geht natürlich eine ganze ganze Menge Quatsch drauf. Oh ja. Ich muss sagen, das sieht ungefähr aus wie das Ding bei mir im Paint. Tatsächlich. Echt jetzt? Ja. Ja. Ich habe mein eigenes Paint im Kopf. Verdammt. Au. Lass mich da hoch. So. Wie gesagt. Den noch da. Und den natürlich weg. Das wäre dann so. Ja. Sofort zu jetzt über umgeguckt. Hm? Sofort zu jetzt über umgeguckt. Ich habe nach oben geguckt. Ja. Ich habe es gesehen. Okay. Ja. Das geht klar. Eine Linie aus Quarz. Mal sehen, wie das dann aussieht. Mit Quarz. Ja gut. Ich sage mal, wir können es erstmal alles aus Quarz machen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da noch irgendwie andere Farben mit reinbringen wollen. Ich glaube, wenn du das komplett aus Quarz machst, das wird zu weiß. Ja. 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 Sollen wir die Ecken abrunden und so weiter. Können wir dann immer noch mit Treppen und Slips. Und hast du nicht gesehen? Ja. Richtig. Wir gucken uns wahrscheinlich, ob sie ja die Treppen werden. Na doch, das kann geil. Ja. Ja. So schaut es aus Quarz aus. Ja. Gebunkt. Ähm, was für eine Breite haben wir oben den einzelnen Steg? Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. 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 Dann müssen wir eventuell die Mitte auch anders fahrig machen. Aber ziehen wir erstmal hoch. Ja. Die Frage ist nur, von wo fangen wir denn an? Ich fang von da an, wo ich dran komme. Wir müssen sowieso erst die Mitte machen, weil das andere wird dann wahrscheinlich sogar schon wieder anders aussehen. Weil den können wir nicht genauso runter ziehen, glaube ich. Also die Mitte ist tatsächlich das, was ich aus Quarz schon hochgezogen habe. Ja, ja. Ne, den, den kompletten Mittelstich. Diese elf Block, die wir haben, die müssten wir jetzt erstmal hochziehen. So, ja gut, dann fang ich. Und, äh, ich weiß nicht, ob diese Dreierblöcke und Zweierblöcke da außen, ob die genauso passen. Deswegen. Ja, ja, das werden wir dann sehen. Müssten wir dann anpassen. Holy shit. Ich hab keinen Quarz mehr. Wir sind schon mal 42 Minuten alt. Holy shit. Das für so ein bisschen Balkon mal. Ja. Hm, Quarz. Wui. Hi. Hiep. 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 Die war mir zu fucking riesig, ne? Ohja. Ohja. Aber das ist halt unsere Bauweise. Wind, sei leise. man hat gesagt elf ist breit ohne du hast die mitte machen als zwei drei vier fünf bin sie mal eh niemals ich habe aus versehen stein block wirken ja das ist ein bisschen weit hast du die platz blöcke jetzt ein davor gesetzt nein was sie das genommen um die hochzubauen ja genau also ich habe das genauso angepasst wie dahin eines gewusst was bisschen aus der mittig ist ich hab doch die musik angemacht wieso kommt da seit 42 minuten kein einziger ton und dann wahrscheinlich so kurz vor ende das ist wahrscheinlich echt so